Hallo und Willkommen zu Let's Play Amnesia. Wir hatten ein Problem, wir haben... Warum, wir prädaten das hier nämlich schon mal alles? Also, der andere spielt jetzt und wir haben... Alter! Wir waren in drei Räumen. Wir haben etwas gesammelt, aber allerdings glauben wir, dass es nicht reicht. Versuch einfach mal reinzufüllen. Es ist nichts großartiges passiert. Wir haben so... Doppelklick. Jetzt war drauf. Doppeln, muss da rein. Schau mal, dann schau mal rein. Da ist gerade was. Los! Ach, jetzt! Jetzt dreht die Räder! Dreht die Räder! Wie kam die Räder? Ja, warte, dreht dich mal um. Ich glaube, da war was. Da im Schrank. Ne. Ja, wo war... Wo soll das denn gewesen sein? Mit viel Schrank durch. Vielleicht da unten rechts. Ah, Schrankchen. Klick das mal an. Es kommt in Erinnerung. Sehen wir das? Wir machen das. Jedes Wort abwechselnd. Du ein Wort, ich ein Wort. Eines Tages werde ich zurückkehren, wenn es nicht für dich meine Liebste wäre, dich nicht in der Lage weiterzumachen, Punkt, wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde... Oh, du Trost, du Tro... Guck mal! Ähm, wo war noch? Ich... Trost... ...bin... ...dir... ...solange... ...ich... ...noch... ...dich... ...denke... ...und... ...einem... ...das reicht. Ja, das war doch gut, dass ich hier gemacht habe. Ich denke mal, dass das nicht im Weinkeller war, sondern im anderen Raum. Ich geh nochmal raus. Hier, da, wo wir oben lang waren, weißt du? Ja, wir gehen raus. Der hat gerade was gesagt. Der hat was gesagt, Guck. Der hat was gesagt, Guck. Wie, never get out here, oder wie? Ich habe was in seinem Ernst ausgeschrieben. Ich verminte im Labor haben bewegung. Okay. Du brauchst etwas, um da hochzukommen. Dreh dich mal um. Da hinten, da ist die Klanke da. Alter. Da kommen Flankenhörer. Und sie haben jetzt die Treppe zerstört. Du musst das auch zur Treppe tragen. Ja. Ich muss fest, musst du mal. Alter. Oh, sie wird jetzt zerstört. Da hast du doch eben so Bummen gemacht. Was war das? Ja. Da hat das hier schon wieder Zeit gegeben. Ja. 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 Sätze. Bei der Crash-Bare nie da und lang nach Luft. Ich weiß, ob sie wollen, dann hat sie wollen auch, hey, sammgedeckten Boden. Da dann? Nee, oben lang. So, das war hier. Hammer nach vorne. Aber ich glaub, ich guck, wenn man einen Baggy Keller feucht zu haben, okay. Weil wir wissen, dass sie dumme Leute sind. Und schon ein paar Dauer. Ich kann auch mal. Ich muss ja mal gucken. Na. 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 Ja. Da waren wir. Ja. Die waren überall drumherum. Was ist das? Da oben war was. Da, jetzt muss ein Sonderbüchsel. Boah, da oben ist ja nicht da. Wir haben, wir haben... Wir haben... Wir haben... Da bist du auf dem Boden. Okay, nur eine Flasche. Das war's, ein Schrank mit Sonderbüchsel. Da noch mit Sonderbüchsel. Alter, wie viel Zimmer gibt's denn jetzt? Genug. Alter. Das war etwas Schles. Das ist... Ja. Ich versuchte. Ich weiß... Ich weiß echt nicht, was das sein kann. Ja. Ich will gucken trotzdem. Voll ist es aber. Da, da ist es. Nee, genau da, hier muss das. Ich bin die Ecke, ich bin die Ecke. Ich guck dich. Wie du guckst das? Bleib da. Guck mal, ob es das noch da ist. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Du guck dich, du guck dich. Ja. Du guck dich, du guck dich. Jetzt chill, chill, mach nix. Guck nochmal so zur Seite. Ey, das klappt da, Mann. Soll mal weggehen. Schau deine Beine nicht zu lange an, nicht zu lange anschauen. Scheiße, Mann. Du musst dir springen rum. Nein, Mann, du. Versuch mal. Mach mal Lampa an, man. Lass uns töten einfach. Nein. Wir sind gefickt. Junge, wir können das nicht mehr raus. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Alter. Wollte ich mir nicht verabliefer, wie wir schließlich gerade nur mit haben. Bin ich auch voll erschrocken, oder? Wuset ihr, wuset ihr? Er recht, vor allem die Anlage. Naja, das war's auch schon, wir haben sogar überzogen. Warte. Wollen wir schon den Part noch? Auf Wiedersehen. Und das war's noch für den Part und bis zum nächsten Mal. Tschüss.